Hey Leute, willkommen zurück zu The Last of Us Remastered. Wir haben immer noch eine Wasserschlacht gegen Riley. Wir müssen nicht wissen, wo sie ist. Das ist ein Lauschmode, das nicht. Da war ein Geräusch. Oh. Oh Gott. Warum muss ich eigentlich zählen? Warum kann die nicht zählen? Fall. Denen war ich gar nicht gut. Also beim ersten Mal, wo ich das gezockt habe, war ich irgendwie besser, wenn man woanders liegt. Riley, wo bist du? Da hinten. Haha. Er hat jetzt fünf, oder? Ich wusste es. Das ist wahrscheinlich nicht so weit weg. Was? Nein. Was? Nein. Okay. Ich würde这是 All Day do. Aber du hast dumäßig zu machen. Ich muss zurückkommen. Ich muss zurück. Okay. 好的. Kann ich nachdem две W graduating? Ich glaube. Ja. Komm schon, lass mich auf meine Backpack. Hey, so... Ich sagte es wie ein Asshole. Aber... Ich habe es wirklich gemeint. Du kannst gehen. Ich meine, das ist etwas, was du hast für... ...hierig. So, wie soll ich dich verletzen? Ich bin die Person, die kann. No, please don't go. I'll be so miserable without you. I'll be fine. And you'll be fine. And we'll see each other again. You should keep these. It's not going to do me any good. You still lug that Walkman around? Always. Let me see it. Here. What's in it? That tape you gave me. You really will be miserable without me. Shut up. Leave that. Follow me. What are we doing? You'll see. Yeah. Really? Come here. Get your ass up here. Stupid. People say that we don't know what love is or how I tell you it's true. But I don't know if all that's true is you got me in vain. I got you. I got you. Oh, baby. I got you, baby. I got you, baby. I got you, baby. Say I love won't pay the rent before it's dirty. Here. What is that? Hey. What's wrong? At least I'm sure of all the things you got me in vain. Don't go. Oh, baby. I got you, baby. I got you, baby. I got flowers in the spring, yeah. I've got you. I've got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a cloud. I'm sorry. And when I get scared, I'm always around. What are we doing now? We'll figure it out. But I don't think Marlene's going to be... Wait. Riley! Joel! 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 da wurde der spaß unterbrochen von war gerade so schön weißt du das geht dann doch nicht die werden nicht alleine man muss natürlich die ganze sie wieder alles ruinieren ist auch hier ist die ist colorado sind so wahrscheinlich weit weg allein hunter ob wir jetzt nicht von den bogen kommen sei es gerade so zu großartig zu großartig Die schneller wir finden, die schneller wir rauskommen. Wir müssen sicher, dass diese Bereiche klar ist. Ich schaue hier und schaue nach hinten. Ich habe jetzt wieder 3, jetzt gehe ich wieder zurück. Wir können nicht die theoretisch alle töten, oder? Müsste wieder hier draußen sind, aber so kann ich sie nämlich viel besser treffen. Die reden wieder miteinander. Jetzt sind da zwei, das ist jetzt nicht gut. Ja, sehr gut. Ja, perfekt. Boah, das war aber echt knapp mit dem, aber der hätte mich sonst gesehen. Ja, komm hier raus. Ja, kommt, glaube ich, hier raus. Sind alle tot? Jetzt guckt er wahrscheinlich hier nach. Ah ja. Nice one. Wir sind auch bald durch mit den Dingen, also für die, wo es sich gefragt haben, wir wollen, dass es mit dem Hauptspiel weitergeht, dann, das geht dann bald weiter. Aber ich finde, man muss es halt dann doch auch hier spielen, so finde ich. Also muss man nicht, man kann es auch nach dem Hauptspiel spielen, es macht jetzt keinen Unterschied, außer dass es ein bisschen besser von der Timeline passt. Zum Beispiel in, ja gut, wenn es jetzt hier weitergeht, im Winter, hat er jeden Bogen, der hat es jetzt gerade bekommen. Na ja, guck mal. Fünf Pfeile, das ist natürlich sehr gut, weil ich liebe den Bogen. Ach komm, dann liebe ich. Ah ne, okay, jetzt sind nicht mal... Okay, jetzt muss ich mich gerade entscheiden. Hm. Hm. Ich benutze den Molotow nicht so oft. Merkt ihr ja bestimmt, ich habe noch drei Stück jetzt auch im Hauptgame und ich habe den, ich glaube, ich, weil ich nicht mal so viele benutze. Gott, das ist mir jetzt gerade erschreckt. Nein, ist das dein Medikit oder was? Ah ne, okay. Ah, das kann man sich anhören, ne? Ah, ich bin ja. Ah, ich bin echt krank. Ich bin echt krank. Ah, ich bin nur ein Teil dieser Enfresort, ich bin jetzt aus dem, stehend. Oh, ich bin ein Teil dieser Enfresort. Hey, ich bin jetzt nicht mehr. Was du das gesagt hast, mich zu machen? Ich bin bitten, und es war nur so ein Taxi, bevor sie kauft. Even though I wasn't infected, she said she wasn't going to. But I could see through her eyes. Why else would she reach for her gun? Why the fuck did she reach for her gun? I was just talking to her. If she wasn't lying, I wouldn't have to hit. She would have shot me. I'm sure of her. And why'd she keep you on the hunt for this time house? It doesn't matter. I shot her. I ran away. I fought and escaped those fucking things. And in the process... The sutures on my goddamn stone ripped open. I'm bleeding to death. I can't sew it back up. Remember what all? I can't make the fucking nut. Break it. It's so cold. I think I'll just rest. Und das waren die letzten Worte. Und der hat sogar einen Arm verloren. Lecker. Hierbei ist rausgegangen, mein Freund. Infizierte und Hunter. Oh oh. Jetzt kann ich natürlich was machen. Ich mach's auch. Oh. I hear infected. Oh my gosh. Too many of them. Oh yeah. The ass da's toll. Son of a bitch. Ja gut, jetzt habe ich keine Hand mehr, jetzt habe ich alle Infizierte. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser war. Ich könnte mich hier rausschleichen. Ich muss hier nicht bekämpfen. Ne, ich brauche noch viel Lumpen. Alkohol habe ich genug. Ja, da hoch. Ich kriege schon wieder Alkohol. Ja, das jetzt... Okay, aber auch Lumpen. Okay, Viertel. Jetzt brauchen wir noch drei Viertel. Dann habe ich einen Monitor-Ferschen. Das mache ich dann auch, wenn ich noch kein Medikit verbraucht habe. Medikit ist mir dann doch echt wichtiger. Oh, wieder ein Runner. Kommt ich jetzt auch Hunter oder ist sie bisher in der Runner? Naja, doch, da kommt Hunter. Vier Runner gegen vier Hunter. Wie ist der denn, wenn er den Krieg gewinnt? Okay, die haben geschrien. Ich habe nämlich eigentlich gerade zu mir geworfen auch. Oh, es ist auch Klicker dabei. Okay. Boah, wie das aussieht, ey. Und deine da hinten einfach nur. Es lebt nur noch ein Hunter. Und kein Hunter mehr. In der Fall ist vier Infizierte. Scheiße. Oh, was du ja! Oh, was du das? Oh, was du? Oh, was du? Oh, was du? Räkki, Räkki, Räkki Keine Zeitung zu looten. Schlipp, 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 schlipp. Oh, verdammt. Puh, ach, das war nicht gerade geil. Was aber auch nicht geil ist, dass ich jetzt auch keinen Brick mehr habe oder sowas. Ich hätte mir ja echt einen mitnehmen sollen. Naja. Man, die Bricks sind halt übelst important. Naja. Oder halt Flaschen, ist ja scheißegal. Aber wir sind wieder hier beim American Princess. Also sind wir fast schon am Ende hier. Noch Schuss, sehr gut. Wir haben aber auch echt recht wenig Schuss bekommen. Aber ich habe auch nicht wirklich oft geschossen. Das ist ja das Gute. Jetzt habe ich 19 Schuss. Normalerweise hat man wahrscheinlich richtig weh. Nee. Ja. Wow, wie viele. Das sind in dem Fall leider nur Hunter. Oh, oh. Boah, ich habe ihn getroffen. Er hat mich kurz im Auge gehabt. Oh, oh. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn noch. das jetzt schon alle jetzt leck mich am arsch ich will ein brick ich fühle mich nicht sicher ohne ein brick wer kommst du denn jetzt der entscheidung ist nur noch deine türe Ah ne, da unten, was, wo, wo, wir sehen da unten, Junge, jetzt hätte ich, oh, ich habe gerade noch getroffen, gar nichts ernsthaft, wow. Oh, endlich, oh, nö, okay, den will ich eigentlich mit dem Messer töten, also, ich habe schon gesagt, Brick, war's das? Danke, hat jemand wegen dem Schuss hier liegen, weißt du, das ist natürlich jetzt auch wichtig. Immer Schuss. Brick, okay, ich habe eine Flasche. Ich crafte erst später, um dann zu gucken, was ich jetzt dringend da brauche. Also, wenn ich ein Medikid schon verbraucht habe, dann mache ich mir ein Medikid, und wenn ich noch keins verbraucht habe, dann... Jawohl, das ist doch nicht mega bescheuert. Was mache ich da jetzt? Medikid und normalerweise darf ich mal Medikid kommen. Scheiße, ist egal. Hier hätte man sich... Oh, nee, wie soll ich da wieder... Hätte ich da wieder runterkommen sollen. Ist noch jemand da? Ich dachte gerade, ich habe dieses Geräusch gehört, von wegen, dass ich im Gesichtfeld von jemandem bin. Ja, das wäre jetzt richtig bad gewesen. Richtig, richtig bad wäre das. Ach, wie viele Lumpen brauche ich jetzt noch? Hälfte. Was für einen Molotow jetzt, in dem Falle. Okay. Aber Leute, ich würde auch sagen, ich beende hier die Folge von The Last of Us Left Behind. In dem nächsten Part machen wir das Finale hier. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.